Angst machen vor der Konkurrenz. Sie haben die Strategie FUD genannt. Fear, Uncertainty und Doubt. Und das ist eines der wichtigsten Mechanismen in der menschlichen Psyche, wenn ihr Menschen überzeugen wollt. Menschen wählen nicht das, was sie am liebsten haben. Menschen wählen das, was sie am wenigsten fürchten. Menschen tun viel mehr dafür, einen Verlust zu vermeiden. Denn, es ist doch klar, wir mussten immer Fehler vermeiden, um zu überleben. Ich habe vorhin über IBM gesprochen. IBM hat das als Business-Strategie für seinen Vertrieb verwendet, den Menschen Angst machen und sagen, hey, sie wollen doch nicht mit diesen neuen kleinen Computerfirmen zusammenarbeiten. Wissen sie, was da alles passieren kann? Und die haben ihren Vertriebler gesagt, unser Slogan ist, nobody gets fired for hiring IBM.